Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie euch aufgefallen ist in den letzten Videos. Ich habe sogar jetzt Haushaltsgeräte getestet, sei es jetzt eine Klobürste oder andere Sachen, die was zum Beispiel nicht elektronisch mal sind. Und diesmal haben wir uns noch etwas Neues geholt. Und zwar, diesmal sind wir nicht im Klo, sondern im Badezimmer. Und zwar hier ist es, einen neuen Duschkopf, sogar mit Schlauch gleich dabei. Den werden wir uns jetzt zusammen anschauen und natürlich auch gleich testen. Ja, was gibt es zu dem Schlauch eigentlich zum Sagen? Ja, der ist 1,5 Meter lang und natürlich auch die Brause selber. Die hat sechs verschiedene Einstellstufen. Die werden wir natürlich auch dann kurz testen. Und ja, wir werden das Ganze jetzt mal unboxen. Und dann sehen wir uns dann später sogar noch im Badezimmer, wo wir das kurz montieren, beziehungsweise dann auch gleich ausprobieren. So, hier haben wir jetzt die Verpackung eigentlich ganz schlicht, nicht aufwendig oder beziehungsweise irgendwie groß beworben. Machen wir es einfach mal auf, dann sehen wir gleich mehr. Ja, hier haben wir gerne mal den Duschkopf oder den Brausenkopf. Was halt hier wirklich sehr cool ist, man hat ja immer eigentlich hier die ganzen Brause-Elemente, beziehungsweise die ganzen verschiedenen Stufen. Nein, es ist auch jetzt hier eine Öffnung. Seht ihr das? Hier ist die Öffnung. Und da würde dann auch was rauskommen. Also das ist einmal höchst interessant. Hier würde man dann schön sehen, die Abstufungen, was halt gerade eingestellt ist für ein Brausen-Element. Sehr cool. Ein kleines Knacksen und Klicksen dabei. Schauen wir mal, was hier noch alles drin ist. Natürlich haben wir auch einen Schlauch, eine kleine Anleitung haben wir natürlich auch dabei. Das ist gar nicht zu stellen. Dieses Teflon-Band ist gar nicht. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Schlauch mit 1,5 Meter. Man müsste da jetzt noch das hinunterschrauben, dass man es dann notieren kann. Auch sehr schön. Eine Dichtung gehört natürlich auch dazu. Gehen wir das Ganze wieder rauf, dass wir es nicht verlieren. Hier wäre der Schlauch, so ein bisschen ein Rasselschlauch. Aber das ist nicht das Problem. Und was wichtig ist, dieses Teflon-Band. Ja, das ist halt dann einfach nur für die Isolierung. Das heißt, man wickelt hier ein bisschen Teflon-Band drüber, schraubt es dann drauf, dass es halt dann einfach dicht ist. Ja, aber wie gesagt, wir werden das Ganze jetzt dann testen. Im Badezimmer kurz alle Stufen probieren, wie die so sind. Und natürlich auch diese spezielle hier vorne. Das interessiert mich speziell, wie das funktioniert, beziehungsweise ob es gut funktioniert, weil das ist mal was Cooles. Somit kann ich die Browser dann nehmen und wenn ich irgendwas reinigen, will, im Bad habe ich immer gleich dann so eine Art Zeiger, wo ich halt dann wirklich genau hinspritze und eine kleine Düse. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war's jetzt mit dem Cooles. Unboxing und natürlich mit dem Test im Badezimmer. Ja, wir haben jetzt gesehen, die Browser mit sechs verschiedenen Browser-Stärken. Wir haben jetzt hier da vorne speziell die, die ist sehr kraftvoll. Und dann können wir halt hier diverseste einschalten, sei es jetzt mit ein bisschen, ein Sprühnebel eher gesagt, oder was kräftigeres. Immer für jeden was dabei. Und das ist gar nicht mal so schlecht, weil jeder hat irgendwie anders gern, wie das Wasser halt auf ihn runterprasselt. Ja, was kostet das Ganze? Unverbindliche Preisempfehlung sind wir bei 19,99 Euro. Den Link dazu natürlich für euch unten in der Videobeschreibung. Ab und zu habe ich schon Rabattaktionen gesehen, zum Beispiel einen 3-Euro-Gutschein hinterlegt. Dann wird das Ganze noch ein bisschen günstiger. Ja, ich werde das natürlich jetzt testen. Das Einzige, was jetzt zum Beispiel nicht dabei ist, ist, wo ich die Browser dann reinstecken kann. Aber da habe ich ja schon mal eine Browser-Halterung auch getestet. Das verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Was sagt ihr? Seid ihr eher der Badewannentyp oder seid ihr eher der Duschtyp? Oder habt ihr lieber so eine Regenbogendusche von ganz oben oder so eine Browser? Schreibt es was unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ja, den Link nochmal für euch unten in der Videobeschreibung, wo ihr das kaufen könnt. Ich sage auf jeden Fall wieder Danke fürs freundliche Zusehen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.